Was geht ab, Forza FM? Heute schließt das Transferfenster in der Türkei, deswegen ist es, denke ich mal, an der Reihe, die Transfers ein wenig zu bewerten. Wir fangen nicht nur dieses, sondern auch so, was in der ganzen Saison passiert ist, sondern auch so das Sommer-Transferfenster. Ja genau, Sommer und jetzt im Winter. Okay, im Winter kann man noch von keinem Flop reden, ihr wisst, worauf es hinausführt. Ich habe eine Top 5 zusammengestellt mit den krassen Transferflops in dieser Saison und ich stelle meine Liste den Jungs vor. Ihr unterbricht mich bitte nicht, okay, ich rater die Liste erstmal durch und dann diskutieren wir darüber, wo ihr mir übereinstimmt, wo nicht, was ihr anders gemacht hättet, welche Spieler. Am Ende dann so abstimmen, wer der größte Flop war? Genau, am Ende stimmen wir ab, wer so auf der 1 steht und ja. Auf Platz 5 ist bei mir Haris Seferovic. Warum eher? So, erstmal zu den Zahlen. Eine Million Leihgebühr, muss der Gala für ihn bezahlen. Gehalt ist auch nicht niedrig, 2,3 Millionen. Und der hat 618 Spielminuten, was ungefähr so sieben vollen Spielen entspricht, also nicht viel gemacht. Sorry, Testspiele? Mit eingerechnet? Nein, nein, kein Testspiel. Bei Testspielen war er ja Mbappé. War mal sehr, sehr überzeugt von ihm, aber wo es dann richtig um was ging, hat er leider nicht überzeugt. Ein Tor in der Liga, zwei im Pokal, keine Ahnung gegen wen, ich glaube gegen so Zweit- und Drittligisten, so null Assists, also die Leistungen haben echt nicht gestimmt, plus das Geld für ihn. Und der ist, glaube ich, jetzt, also Ikadi erster Stürmer, danach kommt Gommis. Ich glaube, vor ihm wird auch noch Baris Alper kommen, also er ist wirklich so, er wird nicht benutzt und kostet viel Gehalt, deswegen ist er bei mir auf Platz 5 gelandet. Okay. Platz 4, Dele Alli, der spielt in einem ähnlichen Gehaltsniveau wie Seferovic, 2,2 Millionen und hat mehr Minuten gemacht, aber auch nicht viel mehr, 869 Spielminuten, das entspricht ungefähr 10 Spielen. Unmöglich waren, glaube ich, bis jetzt mit Pokal so 25. Hat zwei Tore in der Liga gemacht, einen im Pokal und null Assists bis jetzt. Ich glaube, von einem Dele Alli hat man viel, viel mehr erwartet und wir wissen, wenn er fit ist im Kopf, wenn er Bock hat, wissen wir, was er drauf hat. Jung ist er immer noch, er hat immer noch so die Zeit gehabt, die Kurve zu kriegen. Besiktas hat ihn auch mit diesen so Hoffnungen transferiert, auf Leihbasis natürlich. Aber das Gehalt ist hoch, die Erwartungen waren hoch und hat nicht ansatzweise die Leistung gezeigt, die man von ihm erwartet hat, deswegen bei mir auf Platz 4. Okay, Platz 4. Platz 3, Joao Pedro. Wirklich, sehr, sehr schade. Ich hatte von den ganzen Fan-Transfers auf ihn am meisten Bock, weil ich wirklich auch viel von ihm erwartet habe, bei ihm auch wieder das Thema hohe Erwartungen mit drin. Die Ablöse war nicht gering, 4,68 Millionen, aber deutlich unter Marktwert gekauft, geht eigentlich. 3 Millionen Gehalt, ist schon mal in der Hausnummer so. 744 Minuten Spielzeit entspricht acht Spielen. Er hat drei Viertel der möglichen Spiele verpasst. Also die Verletzungen haben ihn echt geplagt, diese Saison. Also er war überhaupt nicht bekannt für Verletzungen, hatte eine relativ verletzungsfreie Karriere. Jetzt bei Fener hat es ihn halt erwischt. Und auch, wo er da fit war, war er auch nicht so krass. Er hat ein Tor und eine Vorlage dort zu weisen in allen Wettbewerben. Gehalt, Ablöse, Leistung, Verletzungen, all in all für mich dann. War die Vorlage nicht auch in seinem allerersten Spiel von Anfang an? Da hat er ein Tor gemacht. Zuhause gegen Alanya oder so? Ich glaube gegen Kaiseri sogar. Kaiseri 2-0 gewonnen. Da hat er gut gespielt. Das erste, sein Debüt war sehr stark, aber danach immer weiter nachgelassen. Und ja, das ging bei mir auf Platz 3. Okay. Platz 2. Yusuf Demir. So. Es werden viele wahrscheinlich so... Ne, eigentlich nicht. Schaut mal. Yusuf Demir. 6 Millionen Ablöse. Die zweithöchste Summe, die Gala in diesem Transferfenster ausgegeben hat, nach Zaniolo. Hat 129 Minuten Spielzeit. Das sind nicht mal zwei Spiele. Das sind eineinhalb Spiele oder so. Ja, krass. 0 Tore. 129. Hm? 100, 129. In Liga und Pokal. Ja. 0 Tore, 0 Assists. Also, das ist wie... Du hast ihn gar nicht eingesetzt so. 6 Millionen gezahlt. Nichts. Einfach... Er hat denen nichts gebracht so. Kam von Barca. Muss man auf jeden Fall erwähnen. Kam von Barca. Auch wieder hohe Erwartungen, weil er als Wunderkind bezeichnet wurde. Und wow, so... Also, ich war auch sehr erstaunt. Ich dachte mir so, Kevin hat Gala da geholt. Deswegen war noch bei mir die Erwartungen hoch. So, warum er nicht auf Platz 1 ist. So, er ist 90 Jahre alt. Es ist jetzt nicht so Ding. Aber seine Art, so, er ist sehr überheblich und... Er wirkt wenigstens so. Er wirkt so. Es hat so gewirkt, ja. Er wirkt so und als ob er überhaupt keinen Bock hätte für Gala zu spielen. Keine Ahnung. Also, deswegen all in all. Nix gebracht. Kaum Spielzeit gehabt. Konnte ihn nicht entwickeln. Und 6 Millionen bis jetzt, wie es aussieht, in den Müll geschmissen. Jetzt kommen wir zur unangefochtenen Nummer 1. Auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, keinen Diskussionsbedarf. Ich glaube, ich kann ihn mir schon vorstellen. Kennt ihr das? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Zuschauer auch. Bruma. Wieder ferner Basche. Bruma wurde im Sommer geholt für 4,25 Millionen Euronen und hat 27 Minuten Spielzeit in der Liga bekommen, bis dann ihm die Lizenz entzogen wurde. Alter. Ich wusste nicht mal, dass er in der Liga überhaupt ein Spiel gemacht hat. Ja, ich auch nicht. Also, er wurde eingerechselt und ja. Dann wurde ihm die Lizenz entzogen, wie gesagt. Was willst du da noch großartig zu dem sagen? Was willst du sagen? Du zahlst 4 Millionen Scheiß auf die 27 Minuten Spielzeit. Er hat nicht gespielt. Scheiß auf nicht spielen. Nicht mal registriert für den Kader und wurde jetzt auch verliehen. So hat auch der Vorstand eingesehen. Das war nix. Hat aber tatsächlich gleich bei seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein, ich glaube, zwei Tore gemacht. Ja. Keine Ahnung. Aber ja, das ist wirklich, also mehr Flop geht nicht so. Was willst du noch machen? Aussi, danke für deine Recherchearbeit. Das war die Liste. Und deine Liste. Genau. So, jetzt geht's rüber in die Diskussionsrunde. So, fangen wir an. Von unten wieder Platz 5. Seferovic. Gerechtfertigt oder nicht? Was sagt ihr? Also, fange ich an? Fängst du an? Wie du willst. Ich muss sagen, Haris Seferovic. Erstmal, die Leihgebühr war nochmal wie hoch? Eine Million. Eine Million. Ist okay. Kann man machen. Der Typ hat auf jeden Fall einen Namen und ich glaube, das ist auch sein Markt. weniger kannst du für den, also für weniger Gehalt kriegst du ihn wahrscheinlich nicht. Er hat bei Frankfurt gute Leistungen gezeigt. Er hat bei Benfica gute Leistungen gezeigt. Er hat auch für die Schweiz regelmäßig eigentlich gespielt. Und deswegen war ich doch echt ein bisschen enttäuscht, weil ich mir auf jeden Fall mehr von ihm erhofft hatte. Ich weiß nicht, kam der Icardi-Transfer nicht nach, wurde Icardi nicht nach ihm erst vorgestellt? Okay, natürlich. Dann erwartest du natürlich nicht unbedingt, dass er Stamm spielt, aber er war einer der ersten Transfers, die Gala gemacht hat, soweit ich weiß. Und da dachte ich mir schon, okay, der wird die klare Nummer 1. Ich dachte, ich finde ihn immer noch, er ist ein guter Stürmer. Aber, ja. Irgendwas hat er nicht gepasst. Es hat nicht funktioniert. Sollte nicht so sein. Also, bei ihm dachte ich, dass das Thema sein wird, Verletzungsanfälligkeit, weil er sehr viele Verletzungen aufzuweisen hat in seiner Vita. Aber das war nicht der Fall, aber halt, die Leistung an sich hat einfach nicht gepasst. Kannst du ihn natürlich auch nicht verletzen, wenn du nicht viel spielst, ne? Ja, eben. Womit wir mal immer verarscht haben, ja, Freundschaftsspiele, da hat er wirklich, in den Testspielen war er gut. In den Testspielen hat er seine Leistung, seine Klassik, weil er ist ein guter Spieler. Ja, so kann man nichts sagen. Deswegen bei, die Liste ist echt viel von auch Erwartungen abhängig, wie hoch die Erwartungen waren. Deswegen, dementsprechend auch die Enttäuschung groß war. Bei Seferovic war das auch der Fall, meiner Meinung nach. Erwartung hoch, aber Leistung. Also jemand, der bei Benfica gute Leistungen gezeigt hat und Frankfurt auch, das kann kein schlechter Stürmer sein. Man muss aber auch Galer Zwei etwas in Schutz nehmen und sagen, die haben ja gefühlt jeden freien Spieler irgendwie transferiert. Und wer so viele Spieler transferiert, der hat natürlich auch ein höheres Risiko als ein anderer Verein, dass mal der eine oder andere Transfer daneben gerät, sage ich jetzt mal. Aber zum Glück nur Laie. Das war strategisch, sage ich jetzt mal, im Nachhinein kann man schon sagen, glücklich verlaufen, dass man ihn doch nur geliehen hat. 2,3 Millionen, sagst du, Gehalt? Ja. Schade. Man hat sich schon mehr erwartet, vor allem nach den guten Leistungen in den Test spielen. Aber ja, deswegen Platz für mich. Wer war dein fieser Platz nochmal? Der Li Li. Weißt du, wie viel er an Geld bekommt? 2,2 Millionen. Ja. Also ich hätte nicht meine Top 5 gepackt, weil also Leihgebühr gibt es keine, soweit ich weiß. Du zahlst mir nur das Gehalt. Also ich lege da noch ein bisschen Wert darauf, wie viel du an sich zahlst, was du dann erwartest, sage ich mal. Es war geliehen, kostenlos, was du jetzt verbrannt hast, sind gleich 2,2 Millionen Euro. Aber für den Versuch kannst du schon mal das gehen. Es ist auf jeden Fall ein Versuch. Also Dele Li kann man mal probieren. Sein Talent ist unumstritten. Aber ich glaube, ich glaube, es ist einer der Fußballer, solch Fälle hat es öfter mal gegeben, die stark angefangen haben, die sich auf jeden Fall in jungen Jahren einen großen Namen gemacht haben. Ich glaube, der hatte mal einen Marktwert von 100 Millionen 2018 oder so bei Tottenham in seiner Prime. Schade. Das war ein geiler Kicker. Das war ein geiler Kicker und ich sage bewusst wahr, weil ich echt nicht mehr dran glaube, dass der noch zu retten ist. Leider. Weil also wie gesagt, in Everton schon kein Unterschied mehr gemacht unter Lampard und dann dachte ich, okay, eventuell zeigt er dann doch nochmal seine Klasse. Leider viel zu selten. Dass er es kann, wissen wir, aber einfach viel zu selten aufgezeigt. deswegen Platz 4 geht in Ordnung. Also spielerisch auf jeden Fall Top 5, aber im Gesamten würde ich Was ist denn das Gesamte? Hätten die dafür 2 Millionen Ablöse gezahlt? Hätte ich gesagt 100 Prozent. Oder halt Leihgebühr. Hätte ich gesagt 100 Prozent. Aber die haben keine Leihgebühr gezahlt, Bro. Das Einzige, was die kosten, sind 2,2 Millionen und vielleicht ein Platz bei den Ausländern. Ausländerplatz 2,2 Millionen. Der Hauptgrund, warum er drin ist, sind auf jeden Fall die hohen Erwartungen gewesen. Weil wie gesagt, Marktwert 100 Millionen, und wenn er sich nicht in das Spiel beweisen kann, dann wahrscheinlich nirgendwo. So, Platz 3 war bei mir Joao Pedro. Was sagt ihr dazu? Ich habe ihn tatsächlich für Platz 2 in meiner Liste. Weil erstens, du hast den Garza weggeschnappt. Also dann hast du noch höhere Erwartungen. Du bist richtig gehalbt auf den Spieler. Und selbst als er nicht verletzt war, hat er nicht überzeugt. Bist jetzt auf vielleicht die ersten 1,2 Spiele komplett untergegangen und dann noch verletzt. ist auch rote Karte. Deswegen hatte ich Jean-Pierre drauf Platz 2. Also ich würde ihn sogar als noch größeren Flop einranken. Ich habe ihn in der Serie A gesehen, bei Cagliari ist mit ihnen abgestiegen. War ein guter Stürmer, war ein guter Strafraumstürmer, hat seine Sachen eigentlich ganz gut gemacht. Wurde auch für die italienische Nationalmannschaft berufen, in einem ganz wichtigen Spiel, bei dem Playoffspiel Italien-Mazedonien, wo es dann unglücklicherweise gegen Italien gelaufen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube irgendwie, dass, also ich, ich verstehe nicht, die Summe verstehe ich nicht ganz, die für ihn da geblecht wurde. Sei es das Gehalt, sei es die Ablöse. Ablöse ist voll okay. Wie viel war es? 4,68. 4,68. Ja, okay, doch, da hast du recht. Aber was geht? 3 Millionen Gehalt. 3 Millionen Gehalt ist wirklich viel zu viel. Wenn ich überlege, dass ein Theo Hernandez vor seinem neuen Vertrag bei Milan 2,5 bekommen hat, dann steht das gar nicht in Relation. Ja, man kann sagen, die Super League kann nur starke Spieler mit einem hohen Gehalt locken, weil nur der Erste spielt europäisch eine Rolle, sage ich jetzt mal. Das ist in der Serie anders. Da hast du irgendwie auch mit dem sechsten Platz eine Chance, europäisch zu spielen. Ist ein größerer Anreiz. Dann muss es halt über das Finanzielle laufen. Aber Meier hat schon recht, also ist auch unglücklich gelaufen für ihn. Er hat eigentlich gut angefangen. Du hast ihn mir hochgepusht. Ich hatte dann wirklich Bock, ihn zu sehen. Verletzt, rote Karte, unglücklich gelaufen. Solche Fälle gibt es. Was soll man machen? Platz 3 geht in Ordnung, oder? Mal hat es nicht mehr gepackt. Ich habe Platz 2 gemacht. Platz 2, okay, sorry. Okay, wo wäre dann der Zweitplatzierte bei dir gelandet, Yusuf Demich? Gar nicht auf der Liste. Ich erkläre es dir. Ich sage, er ist auf dem Weg, ein Flop zu werden. Aber Jungs, der ist 19. Arda Güler, der die Zukunft von Feneris ist ein Jahr jünger, der ist 18. Und Yusuf hat sich schon bei Barcelona einigermaßen bewiesen, sage ich mal, dass er was drauf hat. Beispielsweise du im Sommer, ich sage nicht, dass er jetzt, da konnte er sich auch nicht bei Barca halten. Aber er hat es bis Barca geschafft, hat auch ein paar Spiele da standen gespielt. Das hat schon was zu bedeuten für Gasverhältnisse, türkische Verhältnisse. Und angenommen, du leist ihn im Sommer aus nach Spanien, war ja du Lied, ein Jahr, kommt er zurück, ist er 20, Bro. Ja, nee. So, deswegen ist 6 Millionen Ablöse ist viel. Was ist das? Du hast, aber schau mal, sein Markwert ist 7,5 Millionen. Sprich, du hast ihn immer noch unter dem Markwert geholt. Klar, der wird jetzt sinken. Aber ich denke, er hat noch das Potenzial und wenn er so noch seine Einstellung ändert, kann er auf jeden Fall noch auf Gas den Niveau, wenn nicht sogar drüber spielen, wenn er sich zusammenreißt. Ich sage, er ist auf dem Weg, ein wirklicher Flop zu werden, aber es ist noch zu früh. Also ich denke, einen 19-jährigen Yusuf Demre zu kaufen, ein großes, ein riesiges Talent, ist wie wenn du ein schlechtes Auto noch mit TÜV kaufst. Das kannst du ungefähr mit demselben Preis wiederverkaufen, sag ich mal, einfach bei der Junge einfach noch sehr jung ist und noch eine große Entwicklung vor sich haben könnte. Vielleicht funktioniert er in einer anderen Liga besser. Ich glaube tatsächlich, also das ist nur meine interpretierte Meinung, da ist viel Interpretation drin. Die Bilder, die ich gesehen habe am Empfang, wo er in Istanbul angekommen ist, als er transferiert wurde, irgendwie hat er so, weiß ich nicht, also sah jetzt nicht so danach aus, als ob er jetzt mega glücklich wäre über den Transfer. und man muss auch sagen, vielleicht hat er sich mehr erhofft, aber Okamburuk hat durchgegriffen, also es gab auch Spiele, wo mal Nikardi nicht starben gespielt hat und der hat da knallhart durchgegriffen, es war ihm egal, wer wie teuer war, wer welchen Namen hat, was ich auch gut finde und das einzige Negative, was du anprangern kannst, sind eben die 6 Millionen, aber da hat Barca anscheinend knallhart verhandelt oder was noch? Rapid Wien? Der Mini von Rapid Wien. Rapid Wien, sorry. Ja, 6 Millionen ist viel, aber wie gesagt, wie ein Auto mit TÜV, was noch lange TÜV hat, weil ich denke mal, du kriegst den, vielleicht machst du mit dem Jungen effektiv 2 Millionen für uns, genau. Für 4 Millionen bekommst du nicht. Deswegen würde ich ihn, ich würde ihn tatsächlich nicht so hoch legen, ich würde echt nicht sagen, 2 Millionen, nicht auf dem zweiten Platz. Ein Mann, den du noch gar nicht in deiner Liste hattest, Yusuf Jasuczy beispielsweise, den hätte ich in die Richtung gerankt, weil der Typ hat sich in, kam schon mal raus aus der Super League, hat in der Super League funktioniert, hat es aus der Super League rausgeschafft, hat dort auch gut performt, war bei Lille echt stark. Ich erinnere mich an das Europa-League-Spiel gegen Milan, wo er uns einen Hattrick reindrückt, überragendes Spiel und kommt jetzt zu Traus und Drücken, hat jetzt, hat echt nicht so überzeugt, wie was ich so von ihm wirklich erwartet habe. Weißt du, was die Leihgebühr war? Weißt du das? Bei wem? Yusuf Jasuczy? Ich glaube, es war nicht so hoch. Keine Leihgebühr. Keine Leihgebühr. Und Gehalt war 1,5 Millionen. Geht klar, finanziell geht es klar, für erst noch Türke in der Super League, weißt du das? Ja, aber schon echt krasser Flop. Man macht mit dem, finanziell macht man auf keinen Fall einen Fehler, weil du kannst es auf alle Fälle probieren für 1,5 Millionen, weil du holst ihn zurück in die Umgebung, wo er schon explodiert ist. Deswegen kann man das auf jeden Fall machen. Vielleicht wird es auch wieder, wer weiß. Er steht die EM an im nächsten Jahr. Er braucht Spielpraxis. Vielleicht sollte er noch ein Jahr bei Traus und bleiben. Ich hoffe es, weil der Junge hat ein Megatalent. Ich feiere ihn als Spieler sehr. Aber der ist wirklich ein etablierter Profi, von dem man sich durchaus gut und gerne mehr hätte erwarten können. Der hatte doch vor zwei Jahren, glaube ich, in der Europa League einen Run als Stürmer, hatte doch 6, 7 Tore oder so. Er war Torschitzkönig. Torschitzkönig mit 6, 7 Tore oder so. Und ich denke auch, dass er es immer noch drauf hat. Er ist in Frankreich Meister geworden, so als einer der Starspieler dort in der Mannschaft. Und ihn dann nur für eineinhalb zu eineinhalb Millionen an Gehalt zu transferieren, ist absolut in Ordnung. Finanzielle Themen beiseite, rein sportlich, rein spielerisch, hätte ich mir aber definitiv von ihm mehr erhofft, weil er schon etablierter ist und ein Yusuf Demir eben erst 19 bei dem Jungen, da kann auch so viel passieren. Also um das Yusuf Demir-Thema nochmal abzuschließen, warum er hier drin ist. Also die 6 Millionen Ablöse klingen jetzt hart und viel, aber als er gekommen ist, habe ich mir gedacht und ich glaube auch viele andere so, ey, für so ein Talent nur 6 Millionen? 6 Millionen klingt jetzt hart, weil er halt bis jetzt gefloppt ist, aber an sich für das Talent, was dir versprochen wurde, eigentlich ein sehr guter Preis und unter Marktwert geholt. Aber er ist 90 Jahre alt, natürlich, klar, aber bei ihm ist das größte Problem die Einstellung. Ich sehe in ihm keinen Willen, was zu ändern an der jetzigen Situation. Gerade versucht er ihn zu verleihen, die ganze Zeit, irgendwie klappt es nicht, aber also ich weiß nicht, weil jemand, der sich in der La Liga, wie du gesagt hast, einigermaßen beweisen konnte und bei Barcelona wirklich für die A-Mannschaft Spiele gemacht hat, so es kann nicht an der Intensität der Liga liegen, er kommt nicht aus der tschechischen Liga oder so, also es muss echt nur eine Kopfsache sein, ob ich, keine Ahnung, vielleicht, ganz ehrlich, das ist das bei mir, weil er überhaupt diese neue Bock-Einstellung hat und das ist für mich. Hast du vollkommen recht, aber vergleich mal, Fenerat Luan Perez für 5,22 Millionen, also 22 Millionen geholt, der Typ ist 28, der ist an sich ein guter Verteidiger, aber der ist halt 28, ist jetzt verletzt, ist, glaube ich, ein bisschen verletzungsanfällig, weil es schon das zweite Mal ist. Ich will jetzt nicht sagen, das 28 ist ein kritisches Alter, ich glaube, das ist das beste Fußballalter. Auch wieder, wie bei Joao Pedro, Vorferner, wirklich, er hat für Marseille, ne? Der hat für Marseille irgendwie fast 50 Spiele gemacht letzte Saison, tiptop, also nie auffällig gewesen mit Verletzungen, jetzt, bam. steckst nicht drin. Deswegen bloß, es sind 800.000 weniger als für Justus Demir, und das ist halt neun Jahre Unterschied. Ja, Luan Perez und Justus sind bei mir als Erwähnungen, die es nicht in der Liste geschafft haben. Luan Perez auch, definitiv, hätte in der Liste sein können, aber ich habe mich jetzt für andere Spiele entschieden. Aber ja, hast du auf jeden Fall recht. Ich würde auch noch eine Sache in den Topf schmeißen bei Justus Demir, ganz kurz nochmal zum Ende. Ich glaube, der Junge, ich könnte mir gut vorstellen, dass er nicht allzu gut beraten wird, weil erstmal kommst du von Rapid Wien, wirst du, machst du einen Riesenstep nach Barcelona, schaffst es, dorthin erstmal zu kommen und dann wiederum ein, also fast schon random, dieser Transfer zu Gala, diese Vereine irgendwie, ich sehe da keinen roten Faden, also ich sehe da wirklich keinen klaren Weg, den man mit ihm prognostiziert hat, irgendwie einen, weiß nicht, also ich glaube, der Junge ist nicht ganz so gut beraten, weil, wie gesagt, Rapid Wien, Barcelona, Gala 3, weiß ich nicht. Weiter machen, Bruma, Platz 1, Bruma, ey, das ist frech. Also 4 Millionen, 4,2, vielleicht ist die 250.000 nicht, hast du recht, hast du recht, 4,25 Millionen, für jemanden, der, ja, mal in der 75.000 reingeworfen wurde, ein paar Minuten nach Spielzeit noch schnuppern durfte, das geht gar nicht, das geht gar nicht, aber wie gesagt, wenn einer, Fenergala machen eben viele Transfers, da kann dann auch der ein oder andere mal daneben gehen, so hart sollte er aber definitiv nicht daneben gehen, weil, wenn du ihm dann noch die Lizenzen ziehst, bei jemandem, der so viel gekostet hat, dann weiß ich nicht, und wie gesagt, jetzt wechselt er im Winter und macht direkt zwei Buden, war bei Leipzig stark, war bei Gala stark, dass er ein guter Fußballer ist, glaube ich, braucht mir keinem mehr erzählen, ich weiß nicht, was, also vielleicht, also eigentlich, George Jesus wollte ihn ja, hat ihn ja kaufen lassen, und dann ist ihm, glaube ich, eingefallen, dass er ihn doch nicht will, weil ich finde, ganz ehrlich, ich finde, Bruma kann in diesem Fall ein bisschen spielen, Bro, also ausreichend Spieler kann er auf jeden Fall sein, so schlecht, wie er dargestellt wird, ist er eigentlich nicht, ja, das ist halt, nee, ist er auch nicht, aber so wie er halt jetzt benutzt wurde, völlig zu Recht auf Platz 1, ist er unangefochten auf 1, so, ja, man gibt es auch nicht viel, man kann auch echt nicht viel über das diskutieren, also er ist unangefochten, der größte Transferflop, jemanden, den du nach 27 Minuten Spielzeit für 4,25 Millionen die Lizenz entziehst, was sollen wir da großartig diskutieren, es sind nicht mehr Nachrichten oder Neuigkeiten an die Öffentlichkeit geraten, vielleicht hat er sich mit dem Trainer geschnitten, ich weiß es nicht, also irgendwas muss da wahrscheinlich gewesen sein, nee, 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 einfach spielerisch, weil er vielleicht nicht als Linksverteidiger spielen konnte, hat George Jesus und gesagt, komm, geh weg, ja, aber dann hat man ihn vorgeholt, bevor der neue Trainer George Jesus, ich nicht, nein, dann ist es, also, unerklärlich, unerklärlich, ist unerklärlich, und dafür sollte man George Jesus eigentlich hier hinsetzen lassen und erklär mal, was hast du dabei gedacht, also du wolltest ihn und dann, also das geht gar nicht, ehrlich, das geht gar nicht, meine Meinung nach. Bom dia, Jesus, bom dia, mein Gott. Jemand auch, der ist ihn in die Liste geschafft, aber auch sehr, sehr verdient hätte, Gustavo Henrique, also der hat, weiß nicht, auch so ein Jesus Transfer, auch ein Jesus Transfer, Faner muss ich ihn kaufen, das wird am Ende so 2,8 Millionen kosten, der Kim Minjer Ersatz, alter, nein, ich packe den rein, ich packe den rein, aber der muss rein, und die wollen ja jetzt auch loswerden, 100%, also, der Typ, mit seinen 30 Pays, auch, nee, muss auch in die Liste, doch, wo man jetzt drüber redet, also, wir sehen viel Faner hier drin, viel Faner, ja, Jesus und seine Transfers haben leider nicht so gezündet, wie man erhofft hat, okay, bei ein paar Sachen sind so Faktoren drin, wie Verletzungen, rote Karten, Joao Pedro, glaube ich, also, ich glaube, in dem schlummert echt noch ein bisschen mehr, also, ich würde auch sagen, ein Joshua King ist okay, kann man jetzt nicht sagen, dass er ein Flop ist, was, finde ich, also, ich finde den gar nicht in dem Bereich, ja, ich sage, aber, bin ich dir auch ehrlich, also, rein spielerisch hätte ich mir, ich hätte mir echt vorgestellt, dass er deutlich öfter den Unterschied machen kann, und am Ende steht dann ein Enner Valencia mit so viel Abstand zu den anderen Stürmern, wo ich mir denke, weiß nicht, Batschweil zum Beispiel, auch viel Abstand zu Valencia, macht seine Sache aber deutlich, deutlich besser als Joshua King, finde ich. Ey, Batschweil, auch zweistellig, was es ja so angeht, also, der und Valencia sind auf jeden Fall. Ich hätte tatsächlich auch noch eine Honorable Mention, schwieriges Wort, Honorable Mention, und zwar, RNL Molle für 3,6 Millionen zu Trauern gekommen, und pass auf, der Kontext ist wichtig, du bist türkischer Meister geworden, du spielst Champions League Qualifikationsrunde, Bro, und dann holst du einen für 3,6 Millionen, was wirklich nicht wenig ist, für Trauern und Verhältnisse, das hat sich ja vier gekostet. Bro, sorry, aber hat der nicht, hat der nicht das Rückspiel in der Quali noch gespielt, oder war es in der Europa League, RNL Molle? Der hat, glaube ich, Quali hat auch gespielt. Hat er auch gespielt, weil da fand ich ihn echt bodenlos. Also, Bro, schau mal, du bist Meister geworden, du musst jetzt eine Champions League Mannschaft aufbauen, da holst du einen RNL Molle für 3,6 Millionen von Kassenpascha, Bro. Kassenpascha ist ein Catfish. Bro, mieser Catfish. Kassenpascha, Kassenpascha, die können super verkaufen, ehrlich. Bro, jetzt Steiger Larsson, Steiger Larsson, wie auch immer, dieser Rechtsverteidiger hat jetzt dem die Position weggeschnappt. Bro, der ist Rechtsverteidiger und noch Ausländer. Ich finde ihn gut. Aber stell dir mal vor, du bist Türke und ein Ausländer, der Rechtsverteidiger ist, schnappt dir die Position weg. Wie schlecht musst du sein? Nein, es ist jetzt breitig. RNL Molle ist echt nicht stark und ja, geile Menschen auf jeden Fall hat es auch hier in dem Video verdient, da zu sein. Glückwunsch. Man muss aber auch ehrlicherweise nochmal zugeben, um das ganze Thema abzurunden. Wie gesagt, die Türkei kann aufgrund der aktuellen Situation mit den Platzierungen und den entsprechenden Qualifikationen in die europäischen Wettbewerbe hat sie einfach wenig, mit dem die argumentieren kann oder mit dem die Liga einfach attraktive Spieler in die Liga locken kann. Und dann muss es eben über eine hohe Summe an Gehalt meistens gehen, um den Spieler wenigstens zu motivieren oder zum Wechsel anzuregen. und dann liegt es auf der Hand, dass mal der eine oder andere Transfer teuer nicht das widerruft, was man so erwartet hat. Schade. Hoffentlich ändert sich das in Zukunft und man spielt dann auch bald wieder mit mehr Mannschaften direkt in der Champions League wenigstens oder mit einer Mannschaft direkt in der Champions League oder direkt in der Europa League. Ja. Okay Jungs, ich bereiche das Abschlusswort. Danke für eure Meinungen. und ja, das waren unsere Transferflops in dieser Saison. Schreibt bitte in die Kommentare eure Listen rein. Genau. Was denkt ihr, wo haben wir richtig gelegen, wo nicht? Also eure persönliche Meinung, eure Listen rein. Wen haben wir vielleicht vergessen? Wen haben wir vergessen, genau. Und ja, das lesen wir uns dann sehr gerne durch. Lass uns nochmal in den Kommentaren dazu abstimmen, diskutieren. Genau. Wir lesen da eigentlich jeden Kommentar und schreiben dazu auch noch die ein oder andere Textnachricht. Und wenn ihr Bock habt auf genau das Gegenteil, also die besten Transfers in dieser Saison, dann lasst ein Like da und nein, sorry. Aktiviert die Glocke. Hä? Ich wollte gerade das unser Ding sein. Nicht, sorry. Ein Like-N-Laster. Ein Like-N-Laster. Ein Like-N-Laster. Ein Like-N-Laster. Ein Like-N-Laster. Dann machen wir das im Gegenteil und auch wenn es euch gefallen hat. Genau. Auf jeden Fall ein Like-N-Laster. Danke fürs Einschalten, nirgends. Also haut rein. Ciao, ciao.